Die Firmenkundenbetreuer der Haspa. Im Dauerauftrag für den Mittelstand. Dieser junge Mann ist Herr Schröder. Geschäftsführer von Deltasport, einem führenden Unternehmen für Sport- und Freizeitartikel. Wir versuchen schon seit längerem, ihn als Kunden zu gewinnen, aber das ist gar nicht so einfach. Denn Herr Schröder ist ständig unterwegs. Doch wir von der Haspa geben niemals auf. Denn kompetente Beratung ist unsere Pflicht. Deswegen sollte Herr Schröder wissen, dass er zukünftig bei der Wareneinfuhr auch die Prüfkosten verzäunen muss. Und wenn wir schon mal da sind, stellen wir ihm auch gleich Herrn Mayer vor. Schön, Sie zu treffen. Einen unserer Experten für den Bereich Handel. Neuste Infos aus der Branche und eine kleine Erfrischung zum Joggen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Bis dann. Na, da haben sich ja zwei gefunden. Herr Schröder und Deltasport sind mittlerweile zufriedene Kunden bei uns. Und wir sind stolz darauf, sie zu betreuen. Willkommen bei der Haspa. Ihren Firmenkunden betreuern für den Mittelstand. Und? Vielen Dank. Vielen Dank.